So, jetzt kommt die Stunde rein, uieieieiei, Serious Business, Serious Business, Was kostet ne Logo, hast du auch nen Goldstück? Ja, das frage ich mich auch. Ach, die Hütte auch. Das kommt doch genauso. Das bin ja ich, ich bin ja blau. Ja, du bist ja der Blaues. Du, ich verkauf ein bisschen Holz. Wo verkauf ich jetzt mein Gold? Wo kriegt man eine Lofer? Man kann eine kaufen, für 20. Das ist ja günstig, die nehm ich. Hast du schon gekauft? Jo. Ich grabe. Wie wirft man jetzt Sachen weg? Hab ich schon? Weiß ich nicht. Ach, die Hütte. Ich hab nen Plan, ich hab nen Plan. Kümmer du dich da um das Gold. Oh mein Gott. Was ... Was ist das denn? Nice Kosher, nice. Oh. Oh, kommst raus? Jo. Ist jetzt die Lore ja schon im Schum? Ja. Cool. Außenstehende. Wie gebe ich denn das Ding ab? Mit X oder nicht? Ablegen. Wie macht man Ablegen sonst? Was sehen Sie? Och Mann, hier ist immer fucking Skype. GFC, ey. Wie bin ich da hingekommen? Oh mein Gott. Der Falsche kommt ja zu dir. Ich möchte was verkaufen. Hilf was. Oh, ich hab gutes Geschäft gemacht. Glaubst du? Oh. Ich hab was passiert hier auf dem schwarzen Bildschirm. Du gehst mir bis nach dem Spiel. Ich bin auf dem Desktop. Ich bin wieder im Spiel. Oh nein. Ach. Ach. Och, die Hälfte ist verschitt gegangen. Wirf nie mit vollen Fässern. Oha. Oha. Ich bin auf dem Spiel. Ich bin auf dem Spiel. Es ist hier nur ein professioneller Ausstein. Oh, das ist ein Ding. Oof! B-b-b-b-b-beth? Können wir nicht auch irgendwie sowas ablegen, in die Hütte rein, von außen? Keine Ahnung. Ah, mit F, wenn man drin ist. Mwach. Wä? Hallo? Nein. Hallo? Ja, danke. Wä? 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 Oh nein, kommst du durch? Ja, da komm ich durch. Es tut mir so leid hier. Toll, komm ich da. Toll. Wenn jetzt noch irgendwas runterfällt, weißt du? Okay, wieder oben gibt's noch Freistag. Hoch. Man kann ja auch sterben, muss man sagen. Och. Oh nein. Och. Och. Watch out. Och. Oh man. Können wir das nicht auch irgendwie so in die Tunneli? Das ist gut hier. Och. Ach. Kann das nicht. Abgezorfen. Och, komm mal. Nimm mich mit. Ohoho. Oh nein. Sorry. Oh mein Gott. Oh, come on. Ja, ich hol mal den ersten Schild, ja? Ja, jo. Pff. Boah. No. Da, da 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 da. Oh, ja. Koniec hierzu So, wir haben Gurgeiz, wir haben Gurgeiz Jo, ich werde mal die Lore Eintragen da Das dürfte ein sicken Push geben 348 So Wo gibt's überall Schild? Da gibt's einen und scheinbar da ganz unten So Da ist hier so eine Trash-Ecke geboren Jo So Moment Ich mach das freiwerf den weg Bin aber gleich der Nächsten Nice So So Kann schon mit dem Abbau beginnen zu werden Ja, mit den Lore, da muss man wirklich tügig aufpassen Ich kümmere mich so lange um diese Schweinerei, die ich hier veranstalte Das ist mal vernachlässig Das ist mal vernachlässig Uh, der ist hell So So Tak Ah, nein, diese Beine Oh Oh Ha, 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 ha Komm ich da coming down Zuschauer-Menü? Ich möchte respawnen Wie ging denn das nochmal? Spielerbeitritt kann ich auswählen Ich bin da Oh Oh Die Bienen, die gehen nie wieder weg Guck mal was Verzeihen sich mit der Zeit einfach nur oder nicht? Hä? Sie kommen in meinen Schacht Sprengen sie Hm Da muss ich einen anderen Weg nehmen Die ganzen Sachen kann man hier übrigens auch gebrauchen in späteren Missionen Zum Beispiel